Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spätzle mit Erbsen und Wurzeln. Spätzle mit Erbsen und Wurzeln sind eine schnelle, dennoch schmackhafte Hauptspeise. Sie geht leicht von der Hand, aber das Ergebnis schmeckt nach großer Küche. Darüber hinaus weist das Gericht noch eine Reihe von Variationsmöglichkeiten auf, wobei der Fantasie keine Grenzen gesteckt werden. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 600 Gramm tiefgefrorene Erbsen und Möhren 4 Esslöffel Butter 4 Zwiebeln 300 Gramm gekochter Schinken 400 Gramm Spätzle aus dem Kühlregal 200 Milliliter Sahne Salz Frisch gemahlener Pfeffer Prise frisch gemahlene Muskatnuss Prise getrockneter Thymian 100 Gramm Mozzarella Bunt Schnittlauch Folgende Utensilien werden benötigt. Ofenfeste Pfanne Topf Messer Schneidebrett Zubereitung Die Eierspätzle nach Packungsanweisung bissfest kochen, viel sprudelndes Kochwasser, reichlich Salz, kein Öl in das Kochwasser, nicht abschrecken und etwas Kochwasser auffangen. Die Erbsen und Wurzeln in ein Sieb geben und kurz unter fließendem Wasser waschen. Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln pellen und würfeln. Die Zwiebeln in der Butter glasig dünsten. Den gekochten Schinken in Streifen schneiden. Den Schinken in die Pfanne geben. Die Erbsen und Möhren auch in die Pfanne geben. Dann kommen die Spätzle dazu. Alles gut vermischen. Alles gut 5 Minuten sehr heiß werden lassen. Jetzt die Sahne hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Thymian recht würzig abschmecken. Den Mozzarella in Scheiben schneiden. Über die Spätzle geben. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Die Pfanne in den Ofen geben. Das Gericht gute 5 Minuten überbacken, bis der Mozzarella etwas Farbe zieht. Erst dann nimmt er schönen Geschmack an. Den Schnittlauch waschen, trocknen und in Röllchen schneiden. Die Röllchen über das Gericht geben. Diese Varianten gibt es. Hier kann man alles machen, was man möchte. Gemüse ist willkommen, andere Käsesorten, andere Wurstsorten. Probieren. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.